In unserem Körper tummeln sich zehnmal mehr Bakterien und sogar hundertmal mehr Viren als menschliche Zellen. Die meisten davon machen nicht krank, sondern helfen uns. Fast alle Bakterien, Pilze und Viren, die dieses Mikrobiom ausmachen, sitzen im Magen-Darm-Trakt und stellen dort ein ganz kompliziertes, vielschichtiges Ökosystem dar. Rund zwei Kilo wiegt diese Mikrobenmasse im Darm ungefähr so viel wie das menschliche Gehirn. Diese Wesen sorgen nicht nur für die Verdauung und Verwertung der Nahrung, sondern für viele ganz wichtige andere Prozesse im Körper. So sorgen die Viren für ein ausgewogenes Verhältnis unter den Bakterien, die für unsere Gesundheit wichtig sind. Und das ist ganz wichtig für das Immunsystem. Das Virus in uns, ein Evolutionskrimi, ab 21. September im Buchhandel.